Hallo, ihr Lieben, das sind wir wieder bei der weiteren Folge 2. Weiter mit dem schnuckeligen, blickenden Hänger unterwegs. Weihnachtshänger. Wirklich hübsch. So, warte mal. Dann wollen wir mal Begrüßungen hier starten. Das Beutelchen begrüße ich. Den Tobas, die Elia, die man wieder mal überhaupt nicht sieht im Dunkeln. Dann den Yoda, Sparrow, dann den Multi-Golob, mein Schatz und so, ne? Und den Wackelbicki-Abstiesel. Sehr schön, haben wir jetzt alle? Die sind hier alle noch in Weihnachtsstimmung, ich sag's euch. So, das können wir ausmachen. Und dann machen wir mal unsere Tübe weiter. Ey, ich bin doch fasziniert. Wenn, eigentlich müsste man ja so fahren. Vorne müsste der auch noch so blinkern, gäbe's das auch? Schade, dass man hier nicht einfach wenden kann. Ich würd's tun. So. Bergab, ja. Und? Äh. Tempo-Bot. Oh, das ist doch unfair. Warte, war die Kurve für dich denn doch ein bisschen zackig hier? Hätte klappen können. Nö, doch. Tut's aber nicht. Ich blicke voll. Platz da. Sieht so auch sehr interessant aus, ne? Schön, dass ich wieder falsch abgebogen bin, beziehungsweise gar nicht. Äh, ja doch, eigentlich schon, doch. Das war ja sehr... Warte, hattest'n Wirrwau wieder mal. Äh, ne? Boah, danke. Schade. Schade, dass hier gesperrt ist. Dann hätten wir hier vielleicht irgendwie wenden können. Alter, scheiße, dunkel. Aber irgendwo? Hier. Na, Gott sei Dank. Alter, Junkel. Ich... War das nicht? So, hier liegen. Geschenke und so. Gut, jetzt lass noch. Ah, nein, 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 nein. Höh? Sorry, ey. Mach jetzt keinen Scheiß. Fahr. Danke. Alter. Das wird der jetzt auch hier gleich machen. Du es. Danke. Fahren. Alter. Mal mit Profis. Vorsicht, ich glitzer. Vorsicht, ich glitzer. Vorsicht, ich glitzer. Vorsicht, ich glitzer voll. Warte, 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 warte. Oh, du, warte, 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 warte. Oh, du, warte, warte, warte. Oh, du, warte, warte, warte. Habe ich dich jetzt berührt? Ja, ich habe mich berührt. Scheiß drauf. Äh, wie schaut's aus? Ich... Oh, die Ware ist nicht beschädigt. Warte mal. Alter, nicht so viel Gucken. Da ist hier rum. Hübscher Häger. Bei Nacht, hübscher Häger. Ich werde nur nachts fahren hier. Warte mal bouncing, hör mal, warte. Hübscher Zborne Gain Untertitelung des ZDF, 2020 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 Meine Güte... Ich... war das nicht? Ich... Wirklich nicht? Ich... 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 Leuchten und... Vielleicht... Ich... 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 Auf, die glitzern schön. Ach, warte mal, wir bleiben hier. Voll gut. Voll gut. Oh, richtig gefahren. Hm. Ah, schon wieder ein gelber Flitzer. Mein Gott. Ich bin doch immer wieder da. Nein. Gott, vor allem jetzt. Wer ist das? Hallo? Macht man hier sowas hier? Nee. Passt. Entschuldigung. Tanken? Nö, durchfahren. Videobots ist immer toll. So, hier mal ordentlich dicht machen. Hübsch. Warte mal. Steht hinter uns jemand? Am Arsch. Alles. Er hat gehupt. Hat er nicht gemacht. So, ihr Lieben. Da bedanke ich mich fürs Zusehen. Und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.